Ich werde langsam ein bisschen ungeduldig, Tinder ist mir zu unpersönlich, deshalb machen wir das Ganze jetzt live. Und ich gucke, wer mich beeindrucken kann und wer nicht. Nen-ten-ten. So. Ja. Okay, wer kann das toppen? Ist, äh, warte, ist hier irgendwo ein Atomkraftwerk explodiert oder warum hast du so eine Ausstrahlung? Uh. Ja, der war gut. Hi, mein Name ist zwar nicht Ariel, aber ich bin trotzdem halb Mensch, halb Schwanz. Wow. Ich kann euch ja wissen.